Herzlich Willkommen zu einem neuen HarleySide Podcast, wenn Motorräder zu Weggefährten werden. In der Welt der Motorradfahrer gibt es eine Tradition, die so alt ist wie die Straßen, auf denen sie fahren. Das benennen ihre treuen Stahlrösse. Unter Harley-Davidson-Fahrern ist diese Praxis besonders ausgeprägt. Warum geben viele Harley-Besitzer ihren Maschinen Namen und was bedeutet das für sie? Für viele Harley-Besitzer sind ihre Motorräder mehr als nur Fahrzeuge. Sie sind Begleiter auf Reisen und Ausdruck der persönlichen Identität. Indem sie ihren Maschinen Namen geben, verstärken sie diese emotionale Verbindung. Individualität und Ausdruck. Harley-Davidson steht für Individualität. Das Benennen der Motorräder ist eine weitere Ebene des Ausdrucks dieser Individualität, wobei jeder Name eine Geschichte oder einen Aspekt des Charakters des Besitzers widerspiegeln kann. Tradition und Kultur. Die Praxis, Fahrzeugen Namen zu geben, hat historische Wurzeln und ist in verschiedenen Kulturen verbreitet. Bei Harley-Davidson ist dies Teil einer reichhaltigen Tradition und spiegelt die tiefe kulturelle Bedeutung der Marke wieder. Durch die Namensgebung wird das Bike förmlich in die Familie aufgenommen. Das ist dann auch mitunter der Grund dafür, warum Harley-Besitzer so sensibel sind, wenn es in irgendeiner Form um ihr Bike geht. Das Gefühl war früher noch viel stärker, in Zeiten wo man sich noch jeden Dollar oder die Mark vom Munde abgespart hat, um sich seinen Traum zu erfüllen. Diese Zeiten haben sich geändert, im Verhältnis sind die Preise gestiegen und es geht eher darum, wie hoch die monatliche Rate sein darf. Trotzdem gehört die Namensgebung heute immer noch dazu. Die Emotionalität des Namens. Harley-Davidson Motorräder sind nicht nur Fahrzeuge, sie sind ein Lebensstil, ein Ausdruck von Freiheit und Individualität. Ein Name verleiht dem Motorrad eine Persönlichkeit und macht es zu einem Teil des Lebens des Fahrers. Geschichten von Fahrern, die ihre Harleys nach geliebten Maschinen, historischen Figuren oder mit einzigartigen, kreativen Namen benennen, verleihen diesem Thema eine persönliche Note. Manche Fahrer wählen humorvolle oder ironische Namen, die einen spielerischen Umgang mit ihrem Motorrad widerspiegeln. Namen, die einen militärischen Hintergrund oder Respekt vor dem Militär anzeigen, wie Surgeon oder The General. Individualität und Ausdruck. Jeder Name erzählt eine Geschichte, offenbart ein Stück der Identität des Fahrers und symbolisiert die einzigartige Beziehung, die er zu seinem Motorrad aufgebaut hat. Die Geschichten hinter diesen Namen sind so vielfältig wie die Fahrer selbst. Von einem lebensverändernden Roadtrip quer durch die USA, der ihm ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit gab. Ein anderer könnte sein Motorrad Old Flame nennen, in Erinnerung an eine vergangene Liebe, die seine Leidenschaft für das Leben und das Fahren neu entfachte. Wieder ein anderer wählt vielleicht den Namen Odyssey für sein Motorrad als Sinnbild für die vielen langen Fahrten und Abenteuer, die er damit erlebt hat. Harley-Davidson sind mehr als nur Motorräder. Sie sind Gefährten auf der Straße und Spiegel der Seele ihrer Fahrer. Das Benennen dieser kraftvollen Maschinen ist ein Zeugnis der Liebe und Hingabe, die Harley-Fahrer für ihre Motorräder empfinden. Es ist eine Tradition, die die Beziehung zwischen Mensch und Maschine auf eine ganz besondere Art und Weise feiert. Diese Namen sind mehr als bloße Etiketten. Sie verleihen den Maschinen Charakter und Persönlichkeit. Sie verwandeln das Motorrad von einem einfachen Transportmittel in einen treuen Begleiter auf Lebensreisen. Das Benennen der Harley wird so zu einem integralen Bestandteil des Fahrererlebnis, in dem es eine tiefere, fast rituelle Verbindung zwischen Fahrer und Maschine schafft. Es geht dabei um Respekt, Erinnerung. Die Diskussion über die Bedeutung dieser Namen offenbart oft, wie das Benennen der Maschine die Bindung zwischen Fahrer und Motorrad stärkt. Diese Namen werden zu Schlüssel und für unzählige Geschichten, Erlebnisse und Emotionen, die auf der Straße gesammelt wurden. Sie machen jedes Motorrad einzigartig und unverwechselbar und prägen das Fahrerlebnis auf eine Weise, die weit über das physische Fahren hinausgeht. Mein Kumpel nennt seinen alten Shovel Lotte. Ich müsste ihn direkt mal fragen, warum eigentlich. Also ich habe diesen Podcast jetzt etwas später aufgenommen und habe derweil die ganzen Kommentare auf Facebook mal verfolgt. Nachdem viele Bikes und Namen in den Kommentaren gepostet worden sind. Und dabei sind jetzt folgende Namen rausgekommen. Black Pearl, Natascha und Hilde, das ist ein Biker, der hat zwei Motorräder. Das eine ist eine russische. Ich weiß gar nicht, was das ist. Auf jeden Fall heißt sie Natascha und die andere, das ist eine Hilde. Ragnar steht sogar auf dem Tank drauf. Also teilweise werden die sogar noch beschriftet. White Lady, Lady Queen, Rita. Auch eine ganz tolle Geschichte. Da hat ein Biker das Motorrad nach dem Namen seiner Mutter benannt, die ihm es ermöglicht hat, durch das Erbe die Harley zu kaufen. So hat er sie auf Rita getauft. Also das ist auch eine irre Sache. Also aber ja, das ist Dankbarkeit und Verbindung mit Familie, allem drum und dran. So muss man das einfach mal sehen. Harleen, Shirley, Perle, Lilith. Also Lilith mit TH am Ende. Da musst du ja auch erstmal drauf kommen. Pauli und Ellie. Ja, also solche Namen tauchen da auf. Ja. Ansonsten bin ich weiter gespannt auf die Kommentare, die ich da noch zu sehen bekomme. Auf Instagram und Facebook, Harley Side. Müsst ihr einfach mal eingeben. Und vielen Dank fürs Zuhören. Im dazugehörigen Beitrag auf harleyside.de ist eine kleine Umfrage. Da könnt ihr ja gerne mal eure Meinung dazu abgeben. Bis zum nächsten Mal.